Ich summe euch jetzt mein absolutes Lieblingsweihnachtslied, was wir auch jedes Jahr zu Heiligabend bei mir am Klavier spielen und singen und ich freue mich darauf, das euch jetzt vorsummen zu dürfen. Wer es erinnert, bekommt diesen, wie ich finde, wirklich wunderschönen Kalender für 2020 und natürlich noch von mir hart signiert. Also strengt euch an, sehr schwer. Jetzt fehlt mir noch das Keyboard.